Herzlich willkommen liebe Zuschauer zum Trading-Tipp. Daimler hat heute Zahlen gebracht und die waren okay und vor allem die Börse reagiert sehr positiv darauf. Die Aktie setzt ihren Aufwärtstrend der letzten Wochen fort und das gleiche beobachten wir bei Continental. Continental ja schon vor Tagen Zahlen gemeldet. Man hat die Bilanz noch mal bereinigt, hat 2,5 Milliarden Euro abgeschrieben. Man wird deswegen zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt rote Zahlen ausweisen für 2019 und man hat gleichzeitig angekündigt, dass man das Antriebsgeschäft nicht an die Börse als IPO bringen will, sondern als Spin-Off, dass die Conti-Aktionäre dann eben zwei verschiedene Aktien dann haben und dann entsprechend entscheiden können, was sie da behalten wollen. Wie gesagt, da geht es um die Motorentechnik für Verbrennungsmotoren, aber auch für die Elektroautos und das Ganze kommt bei den Anlegern gut an. Wir sind wieder auf dem Weg in den Bereich wichtiger Widerstände. Wir laufen jetzt hier etwas darüber bei knapp 125 Euro. Der erste Widerstand, dann knapp darüber die 200-Tage-Linie und auch hier dieses Hoch von Juli jetzt etwas zu hoch eingezeichnet. Aber diese Marke liegt bei etwa 130 Euro. Also sehr spannend, was Conti betrifft. Das Momentum ist auf jeden Fall auf Seiten der Automobilaktien, auch wenn ich mir manche Zulieferer anschaue, die natürlich in den letzten Monaten stark unter Druck geraten sind und jetzt langsam wieder ein Lebenszeichen von sich geben. Und das traue ich auch eben der Continental-Aktie zu, dass sie zumindest mal in dem Bereich 135 vielleicht im Optimalfall 140 Euro erreicht. Das sollte machbar sein in einem freundlichen Marktumfeld. Und deswegen auch die Empfehlung, ein Faktor-Long-Zertifikat unseres Partners Morgan Stanley, MF8 TLX. 8,03 Euro kostet der Schein. Bei einem Faktor von 3,10,50 Euro, 11 Euro würde ich hier mal als Ziel ausgeben, den Stoppkurs bei 6,80 Euro platzieren und dann ist die Sache rund, um in der Fachsprache zu bleiben. Das war's von meiner Seite. Viel Erfolg. Ich wünsche jedem beim Traden und bis morgen. Tschüss.